You will help me. He knows it better. We can help you. Nach dem Arbeiten treffen wir uns auf der anderen Seite. Ich wohne da drüben. Und dann gibt es eine kleine Stärkung. Und dann, wenn ihr noch Zeit habt. Wie lange habt ihr Zeit? Bis etwa drei oder zwei Uhr oder so. Heute Mittag um ungefähr zwölf, wenn es von euch okay ist, laufen wir zum Sportplatz. Weil unser BMC FC spielt dort Fußball. Ist das okay? Auch für euch Mädchen? Ja, ja. Aber, okay. Ihr müsst natürlich den BMC FC unterstützen. Die anderen kommen nicht von Langas. So, mit den Langas-Boys. So, it's okay. You can cheer the group you like, okay? So, also, ungefähr eineinhalb Stunden arbeiten ein bisschen. Dann ein bisschen Frühstück. Und dann gehen wir ein bisschen zum Sportplatz. Okay? Ist es gut? Ja, ja. Okay. Okay. Vielleicht noch ganz kurz. Was heißt das? In Englisch, in Deutsch? Change lives. Genau. To change lives. Bridgekindorf. Welches Leben wollen wir verändern? Ein bisschen von Straßenkindern und bedürftigen Kindern hier aus der Gegend. Wir haben jedes Jahr ungefähr sieben neue Kinder. Die sind hier drei, äh, acht Monate. Aber jetzt sind sie gerade bei Mama und Papa. An diesem Wochenende, Polen. Und dann, im August, gehen sie nach Hause. Und dann gehen sie ganz normal von der Mama oder von Papa oder von der Oma wieder in die Schule. Ja? Und dann zahlen wir Schulgebühr und machen Follow-up. Okay? Ja. So, das ist der riesige Zwarriquat. Es ist sehr ruhig heute, weil unsere Kleinen vorgestern nach Hause gegangen sind. Vor, vor, an bis morgen. Okay? Ja. Dann haben wir der BMC FC und dann haben wir noch den BMC Bible Kids Club für die Nachbarn. Und dann helfen wir, dann haben wir auch den Pfau mit den Armos und, äh, mit den Sönden und Armos. Und dann ist, versuchen wir einfach doch der Nachbarschaft zu helfen. Okay? Das ist ein bisschen Badalisha-Maischa-Center. Ja? Wir versuchen, unsere Nachbarn und Kinder zu verändern. Okay? Ja. Gut.